Janne Heidmann Ich finde, auf der Bühne stehen ist geiler als Sex. Denenste? Ja, weil man wirklich im Moment ist und nur das zählt. Du kannst alles machen, was du willst. So ein bisschen wie Urlaub von einem selbst. Spielen Sie das! Spielen Sie den Schock! Spielen Sie das Schicksal! Spielen Sie die Szene! Spielen Sie die Situation! Vielleicht werde ich doch Käseverkäuferin. Spielen Sie das Schock!